Qualitätsaktien kaufen, wenn sie günstig bewertet sind. Darum geht es in diesem Video. Ich stelle dir drei Qualitätsaktien vor, bei denen sich zumindest das Setzen eines Kauflimits oder sogar das Vordecke zuschlagen lohnt. Und ich werde von mindestens zwei der drei Aktien hast du noch nie gehört. Schon gehört hast du wahrscheinlich meinen Namen oder vielleicht Thorsten Tiet. Ich bin der Betreiber und Gründe, das sei der Aktienfinder nett. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Alle drei Aktien sind Aktien, bei denen es sich gelohnt hat, dabei zu sein. Und ich bin zuversichtlich, dass es sich auch weiterhin lohnen wird. Dennoch an dieser Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Auf Los geht's los. Die erste Aktie, von die du noch nie gehört hast hier. Walmart de Mexico, wohlgesagt. Walmart de Mexico, wohlgemerkt. Walmart ist ja der, einer der größten, wenn nicht der größte Einzelhändler in den USA. Marktkapitalisierung von 446 Milliarden Euro. Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber es gibt auch Walmart de Mexico, eine 70-prozentige Tochter von Walmart selbst, die vollumfänglich ein bisschen anders heißen. Sieht man dann hier, Walmart, Mexiko, Centro, Centro-Amerika. Denn die verkaufen auch ein bisschen was in Lateinamerika, über Mexiko hinaus. Sieht man, wenn man hier in die Regionen geht. 82, 83 Prozent Umsatzanteil in Mexiko und dann noch ein bisschen was anderes in Lateinamerika. Warum könnte es sich lohnen, auf die Tochter zu setzen und nicht auf das US-Dickschiff? Schauen wir doch mal ein bisschen hier die Kennzahlen an. Dann können wir bereits eine Idee kriegen. Nämlich hier 4 Prozent Dividendenrendite im Vergleich zu 1,3 Prozent Dividendenrendite bei Walmart. Also die Dividendenrendite fällt deutlich höher aus. Es gibt eigentlich die Zahlungen einmal im Jahr. Aber die schütten auch immer eine Sonderdividende aus. Am selben Tag wie die reguläre. Also ja, theoretisch könnte man sogar sagen, es gibt zwei Dividenden im Jahr. Allerdings kommen die am selben Kalendertag. Ausstellungsquote. Man muss ja fair sein und alles berücksichtigen ist bei Walmart in Mexiko ungefähr dreimal, knapp dreimal so hoch wie bei Walmart. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Ecke-Kante genäht. Sieht man auch hier schön im Qualitätscheck. Da seht ihr auch schön, die Sonderdividenden. Und weil der Ausstellungsquote hoch ist, ist es halt nicht so, dass wir hier immer zuverlässig Dividendenwachstum haben. Kann auch mal ein bisschen nach unten gehen. Was es vielleicht aber auch noch interessant macht, auf die Tochter zu setzen, das ist mehr Wachstum. Das sehen wir auch hier an den Kennzahlen. Wenn wir einfach mal schauen, so langfristig im Mittel, da haben wir ein höheres Wachstum so um die acht Prozent bei Walmart in Mexiko. Und bei Walmart ist es vielleicht so, je nachdem, welchen Zeitraum wir nehmen, so vielleicht um die vier, fünf Prozent. Und dasselbe wahrscheinlich auch hier beim Umsatz. Da sehen wir das ähnlich. Da haben wir auch hier einen Umsatzwachstum um die acht Prozent. Und dann haben wir hier bei Walmart so um die vier Prozent langfristiges Wachstum. Also wir haben hier mehr Dynamik drin. Wenn wir uns die Performance angucken, ach, können wir ja auch hier den Kennzahlen machen. Wir haben ja alles da. Dann sehen wir auch, dass beides gute Investments sind. Aber nach hinten raus schlägt Walmart in Mexiko Walmart doch etwas. So sieht es aus. Also ich denke, ein paar Gründe, warum Walmart in Mexiko interessant sein könnte. Und dann gehen wir zur Dividendenrendite. Und ich habe es auch schon angekündigt. Sie wackelt alles ein bisschen. Also sie ist nicht 100 Prozent zuverlässig. Momentan sind wir hier bei den vier Prozent. Dann haben wir hier einen kleinen technischen Ausreißer drin. Und dann geht es hier weiter bei um die dreieinhalb Prozent. Also relativ attraktiv hohe Dividendenrendite. Momentan ist auch überdurchschnittlich hoch. Also zumindest deutlich höher, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und es bleibt auch dann so, selbst wenn die Dividende leicht zurückgehen sollte. Wichtig natürlich dann insbesondere auch die Frage, wie ist die Aktie bewertet. Also die Dividende ist sicher, habe ich schon gesagt. Und vielleicht in diesem Fall auch, wo kann ich die Aktie kaufen? Ich habe mal geschaut. Bei der Consors Bank könnt ihr die Aktie beispielsweise kaufen, direkt die mexikanische. Es gibt aber auch noch eine ADR, wo eine ADR zehn Originalaktien von Walmart in Mexiko verbrieft. Die sollte dann, denke ich, noch breiter handelbar sein. Vermutlich auch bei dem einen oder anderen Neobroker. Ach, was ist noch wichtig? Quellensteuer. Quellensteuer bei zehn Prozent, voll anrechenbar laut Bundeszentralamt für Steuern. Insofern, ich habe da jetzt noch keine mexikanische Dividende erhalten. Aber hier sollte es keine Probleme geben. Bitte in den Kommentar reinschreiben, falls jemand schon Erfahrung hat, um das Ganze zu bestätigen oder vielleicht zu korrigieren. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Bewertung an. Hier sehen wir die Multiples. Und dann ist auch immer interessant, vielleicht die Muttergesellschaft da mal mit reinzunehmen. Und was man hier sieht, ist, dass Walmart in Mexiko in der Vergangenheit höher bewertet war, mit einem höheren KGV. Was ich auch logisch erachte, als logisch erachte, denn der Gewinn und Umsatz ist ja stärker gewachsen als bei Walmart. Und wir sehen aber gerade jetzt, gerade jetzt, wie wir das Video machen, an sich das ins Gegenteil verkehrt. Und das könnte eine gute Kaufgelegenheit sein. Das heißt, Walmart ist teurer geworden als Walmart in Mexiko. Walmart in Mexiko, also gegebenenfalls etwas unterbewertet. Wollen wir mal uns anschauen, ob das wirklich der Fall ist. Wir nehmen hier den bereinigten Gewinn für die Bewertung. Und dann legen wir hier den fairen Wert drüber zu und ein bisschen rein. Und dann sehen wir hier doch wunderschön, dass ja tatsächlich durchschnittliches KGV, mit dem die Aktie bewertet war, knapp 25. Wir haben jetzt 22,7. Wir haben hier prognostiziertes Wachstum von knapp 10% im Jahr. Und dann kommen wir hier auf eine Renditeerwartung von 15,9% im Jahr. Und das wird sicherlich mehr sein, als das, was du momentan bei Walmart, der Muttergesellschaft, erwarten kannst. Das wäre also die Aktie Nummer 1. Habe ich hoffentlich nicht zu viel versprochen. Und jetzt kommt die Aktie Nummer 2, die vermutlich auch kaum jemand kennt. Das wäre Shimatsu aus Japan. Shimatsu aus Japan, ich denke, genauso bin mir nicht sicher, bei Walmart in Mexiko, ob es ein Ten-Bagger ist. Shimatsu aus Japan definitiv ein Ten-Bagger, wenn man nur lang genug dabei geblieben ist. Hier über 1000% Rendite, allerdings seit 2000. Wir sehen dann hier schön steigende Kurse. Und jetzt hier seit 2021, aber hier so volatil, ganz leicht abwärts. Natürlich auch die Frage, vielleicht attraktives Investment, Einstiegschance. Aber zunächst, was machen die überhaupt? Hier investiert man in japanische Ingenieurskunst. Das ist hier die Webseite von Shimatsu. Und die sind so ein kleines Konglomerat, könnte man auch sagen. Aber sich die auch Dividende sagen, kommen wir auch gleich drauf. Vielleicht aber erst, was machen die alles? Sie haben eine schöne marketingtechnische Formulierung, was sie so tun. Und zwar, ich sage es kurz, Contributing to Human Life and Wellbeing. Daraus, man will, dass es den Menschen besser geht, Gesundheit und das Wohlfühlen. Sie sind nämlich aktiv unter anderem im Pharmabereich und in der Medizintechnik und beispielsweise auch in der Lebensmittelforschung. Wellbeing, Human Life. Sie wollen auch Contributing to Wellbeing of the Earth. Die machen auch Umwelttechnik beispielsweise. Filterung, Messtechnik und so weiter. Und sie wollen Contributing to Industrial Development and a Safe and Secure Society. Sie sind auch in der Halbleiterforschung, Technologie tätig, in der Luft- und Raumfahrt. Und ich glaube, ich habe es schon erwähnt, Materialforschung. Also die machen unglaublich viel. Das ist ein Investment in die japanische Ingenieurskunst. Und hier sieht man die ganzen Segmente nochmal. Also Medizin, Medical Equipment, Industrial Equipment, Aviation und Measuring Equipment. Das macht den größten Umsatzanteil aus. Und alle sind positiv bezüglich der operativen Marge. Und wenn wir dann in den Qualitätscheck reingehen, dann sehen wir auch hier, dass wir schön steigende Gewinne haben. Wir haben schön steigende Umsätze und steigende Margen. Das haben auch die Gewinne natürlich entsprechend stark steigen. Wir haben auch Dividenden. Also wir uns mal angucken, wie hoch die ausfallen. Machen wir hier. Und da haben wir hier im Dividendenalarm. Er zeigt es an. Dividendenturbo. 1,4 Prozent Dividendenrendite. Ist nicht so super viel. Ist allerdings deutlich mehr, als es beispielsweise im August 2021 gab. Da fiel die Dividendenrendite mit knapp 0,6 Prozent deutlich niedriger aus. Und man sieht auch hier schön, dass die Dividende steigt. Wir haben hier ein Dividendenwachstum. So im Mitteljährlich von, wo haben wir es hier? Zweistelliger Bereich um die 15 Prozent. Jetzt muss ich aber noch was sagen. Wir haben hier schön dynamisch anziehende Gewinne. Und das ist unter anderem dem schwächeren Yen zu verdanken. Der japanische Yen hat verloren gegenüber anderen Währungen. Das ist halb relevant, weil Shimazo auch viel ins Ausland oder viel im Ausland Umsätze generiert. Sie machen zwar 43, 44 Prozent der Umsätze in Japan. Das ist die grüne Fläche hier. Das ist das stärkste Land. Aber sie machen halt über die Hälfte ihres Umsatzes bereits im Ausland. Wollen auch noch weiter expandieren ins Ausland. Deshalb spielen die Wechselkurse eine Rolle. Und weil die Wechselkurse auf Seiten von Shimazo Waren, schwächerer Yen. Und wenn wir aber nicht wissen, ob es so weitergeht, kann man nicht davon ausgehen, dass dieses Gewinnwachstum so beibehalten wird mit den Währungsgewinnen. Insofern ist auch folgerichtig, dass die Analysten prognostizieren, dass der Gewinn dann etwas schwächer wachsen soll in Zukunft. Wie es für japanische Unternehmen sich gehört, sind sie schuldenfrei, haben so viel Kohle quasi, dass sie gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Wir haben auch eine niedrige Ausschüttungsquote hier. Also die Dividenden erscheinen mir sicher zu sein. Hier sieht man auch nochmal ganz eindrucksvoll, wie hier, ja, dass es hier quasi kaum Schulden gibt, aber hohe Cashbestände, liquide Mittel. Und hier haben wir dann noch die Tilgungskraft, also das, was übrig bleibt vom Free Cashflow nach Dividenden. Jetzt gucken wir uns mal die Bewertung an. Gehen wir gleich in den Fernwert hier rein, nutzen den bilanzierten Gewinn, um die Aktie zu bewerten. Und dann sehen wir hier erstmal, dass wir tendenziell eine Unterbewertung haben. Wir haben hier ein KGV im Schnitt von 23,6. Dem steht gegenüber ein aktuelles KGV von knapp 22, also im Prinzip eine Unterbewertung. Ich würde jetzt hier hingehen und leicht nach unten korrigieren, den Fernwert, weil ich da, wenn ich davon ausgehen dürfte, dass das Gewinnwachstum jetzt etwas verhaltener ausfällt, nochmal wegen des fehlenden Rückenwinds dann, falls es japanische Yen nicht noch weiter abwertet. Deshalb, nochmal, gehe ich den Fernwert, korrigiere ich den Fernwert runter von 4.750 japanischen Yen. Wenn ich auf ein KGV von 22 gehe, dann sind wir jetzt noch bei 4.420 japanischen Yen. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier für eine Renditeerwartung haben. Jährlich wären hier 7,6 Prozent. Es ist jetzt deutlich weniger als bei Walmart de Mexico. Und das wäre zum Beispiel jetzt auch eine Möglichkeit, wo man sagen würde, ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, hier ein Kauflimit zu setzen. Vielleicht hier irgendwo bei um die dreieinhalbtausend japanischen Yen hier. Und da hätte man natürlich eine deutlich höhere Renditeerwartung jährlich von 12,9 Prozent bis 2027. Und dann nach hinten raus wird es niedriger, weil das organische Wachstum des Unternehmens eher niedriger ausfällt. Sieht man hier im mittleren einstelligen Bereich. So, das wäre Shimazo. Ich denke, jetzt ein echtes Qualitätsunternehmen. Vielleicht relativ unspektakulär, aber dennoch interessant für Diversifikation, je nachdem. Und das nächste Unternehmen, das wird der ein oder andere sicherlich kennen. Eigentlich kennt es jeder, aber vielleicht nicht als Unternehmen. Jetzt geht es nämlich um die Brutstätte der Magnificent Seven oder da, wo sie gehalten werden. Es geht um die Nasdaq. Die Nasdaq, eine der großen Börsen und auch selbst Börsen notiert. Marktkapitalisierung von knapp 30 Milliarden Euro. Und auch die Nasdaq ist ein Unternehmen, was, wenn man lang genug dabei ist, ein Ten-Bagger ist. Und ich würde sagen, wir gucken uns kurz die Segmente an. Von denen gibt es nämlich einige. Also, wie verdient die Nasdaq ihr Geld? Natürlich über den Wertpapierhandel, da verdienen die Geld. Aber sie haben auch Listinggebühren. Also nicht nur derjenige, der Traded bezahlt. Auch diejenigen, die sich listen lassen, die Unternehmen, die dürfen bezahlen. Und übrigens nicht nur in den USA, die Nasdaq-Börse an der Börse. Oder gibt es die Börse der Nasdaq an den USA? Sie gibt es auch in den skandinavischen Ländern und beispielsweise im Baltikum. Sie verkaufen unter anderem auch ihre Marktdaten, zum Beispiel Preise. Und sie verkaufen auch die Erlaubnis an Vermögensverwalter wie Blackrock, dass die ETFs auflegen dürfen auf den Nasdaq, auf Nasdaq-Indizes. Es sind auch ein Softwareunternehmen, die Nasdaq, die auch selbst Software anbietet. Beispielsweise, ja, eigentlich für alles, was diese Unternehmen brauchen, die an der Nasdaq gelistet sind. Beispielsweise für Investor Relations gibt es Software, für Compliance gibt es Software und so weiter. Und diese Software-Sparte, die wird jetzt auch verstärkt oder sie ist auch schon verstärkt worden durch diverse Übernahmen. 2021 bei einem Unternehmen, der heißt Verafin, 2023 von einem Unternehmen, habe ich mal aufgeschrieben, Adenza. Man sieht das Ganze auch hier am Goodwill in der Bilanz, der sehr, sehr hoch ausfällt. Tendenziell erstmal eine riesige Position, muss nicht jedem gefallen, fällt relativ hoch aus und ist jetzt noch höher geworden, unter anderem durch die Zukäufe, durch den letzten Zukauf von Adenza für mehrere Milliarden US-Dollar. Man sieht aber insgesamt, dass es doch schön funktioniert. Wir haben hier schönes Wachstum beim Gewinn, das ist der bereinigte Gewinn und auch bei den Dividenden. Ja, Dividenden gibt es auch. Wie hoch sind die momentan, liegen hier bei 1,5% und so ähnlich wie bei Shimazo, vor kurzem waren sie noch deutlich niedriger hier, auch Mitte 2021, da lagen sie bei unter einem Prozent, das ist immerhin 1,5%. Und wir haben hier vermutlich auch dynamisches Dividendenwachstum, richtig so auf die letzten fünf Jahre im Schnitt um 10% jährlich gestiegen, die Dividende. Wenn wir wieder zurückgehen auf die Fundamentals, dann sehen wir hier schön steigende Margen. Übrigens steigen die Margen bei Walmart in Mexiko auch und werden sie bei Walmart selbst, bei der Mutter fallen. Und wir haben hier auch schön steigende Margen bei der Nestec, begleitet von steigenden Umsätzen. Das ist insoweit alles okay. Den hohen Gutwähl haben wir schon erwähnt, als eher negativ. Eher wieder positiv ist der freie Cashflow, die wirklich sehr hoch ausfällt. Der freie Cashflow ist ungefähr so hoch wie der Gewinn. Das heißt, man hat hier die Investitionen, die sind nicht so teuer, wie es bei einigen anderen Unternehmen der Fall ist. Und das ist auch natürlich der Sicherheit zuträglich der Dividende unter anderem. Gut, soviel dazu. Ich denke, es sind Qualitätsunternehmen, konnte ich vielleicht rüberbringen und dann gehen wir in die Bewertung rein. Und die nehmen wir auch anhand des bereinigten Gewinns vor. Und dann gucken wir mal hier, Fair Value bereinigt. Und da gibt es vielleicht eine kleine Ernüchterung erstmal. Also die Aktie ist jetzt nicht unterbewertet. Sie ist aber auch nicht so krass überbewertet, wie wir das schon gesehen haben. Nämlich immer wenn es quasi einen Börsenhype gibt, dann geht es auch mit dem Aktienkurs nach oben. Hängt unter anderem auch noch an der Einnahmequelle ab, die ich noch nicht erwähnt habe, nämlich IPOs. Daran verdient die Nasdaq auch. Und wir sehen schon, hier waren auch schon Kurse erreicht von über 70 US-Dollar. Aktuell kostet die Aktie 56 US-Dollar. Notiert nah am fairen Wert. Jetzt geht es erstmal so ein bisschen hier bei dem Geschäftsjahr, werden erstmal kleinere Brötchen gebacken, bevor es dann wieder aufwärts gehen soll. Hier ist ein bisschen mehr Spekulation drin, weil es ja auch damit zu tun hat, eben wie die aktuelle Marktlage, Börsenlage aussieht. Meine Idee wäre hier, auf einen Rücksetzer zu warten. Beispielsweise hier bei um die 50 US-Dollar oder tiefer, dann hätten wir nämlich hier schon eine schöne Renditeerwartung von hier 10,6%. Ist ein bisschen Glaskugel, ein bisschen mehr Glaskugel wie bei den anderen beiden Unternehmen. Aber das wäre ein interessantes Investment, tendenziell, weil ihr wisst ja, an der Börse geht es auf und ab und wenn es hier wieder aufgeht, dann geht es auch, also nach oben geht, dann zieht es die Nasdaq meines Erachtens mehr oder weniger automatisch mit. Das heißt, wenn man hier günstig einsteigen kann, die hier, das haben wir jetzt leider verpasst, habe ich da jetzt kein Video gedreht, aber wenn man hier gegen sich einsteigen kann, dann könnte das auch ein sehr interessantes Investment sein. Kaufenswerte Aktien, ja, das waren jetzt die drei. Kaufenswerte Aktien sind immer interessant, wenn noch mehr kaufenswerte Aktien euch wünscht. Wir haben hier dann bald wieder einen Artikel zu kaufenswerten Aktien, einmal im Monat gibt es auch bei uns auf dem Blog und ihr seht ja hier, wir haben schon einige kaufenswerte Aktien analysiert. So, das soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, es war was Interessantes für dich dabei, dass du das ein oder andere Kauflimit vielleicht setzen kannst. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!